Servus Leute was geht ab? Willkommen zum neuen Video. Heute probiere ich bloß irgendwas aus mit der Kamera und die Drohne, dass das alles für den Urlaub schön funktioniert, der in einer Woche ist. Das heißt ihr könnt euch in nächster Zeit auf richtig coole Videos freuen. Das ist jetzt wahrscheinlich das letzte aus Deutschland erstmal. Und ich nehme die aber mit. Die BMW bleibt daheim. Aber mit der BMW tue ich die nächsten Tage vielleicht noch was machen. So. Jetzt habe ich die Kamera mit meinem Handy verbunden und sehe hier auf der Kamera was sie genau filmt. Und wie ich jetzt sehe muss man es noch ein bisschen höher einstellen. Das heißt ich gehe jetzt schnell hin. Zoome nehmen wir raus. Stell es ein bisschen höher. Lauf wieder hin und schauen wir aufs Handy ob es passt. Wie man sieht jetzt passt es. Und so kann ich jetzt dann auf Stop drücken. Mittlerweile geht der Touch auch bei die Handschuhe. Und kann jetzt normal darauf setzen. Schalt auf Bilder um. Hier kann man alles einstellen. Und dann kann ich, lege ich das zum Beispiel hier hin. Das sieht man jetzt nicht auf der Kamera. Und mache Bilder. Jetzt müsse man. Ja gut da kann man das jetzt dann auf dem Handy feststellen. Jetzt kann ich glaube ich an der Kamera. kann ich jetzt hier umstellen. Auf Dings, dass es halt drei Sekunden dauert bis das Bild gemacht wird. Das ist halt weit weg jetzt. Ich weiß nicht was der Radius von dem WLAN was die ausstrahlt ist. Da rein. Der kennt das jetzt. Fotografieren. So jetzt. Brauchen wir. Kann man mich kurz anfokussieren. Selbstauslöser. Zack. Das machen wir jetzt auf dem Oben. Drücken drauf. Und bam. Da ist auch so ein Blinklicht. Geil finde ich das. Kann man wieder auf Video umschalten. Kurz. Zack. Video gestartet. Finde ich schnieke die Option. Und das habe ich jetzt nach zwei, drei Jahren herausgefunden. Und ich muss noch was gleich zeigen. Ist gestern angekommen. Mal ein bisschen erkrampf das zu verbauen. Und zwar habe ich mir einen Auswurf gekauft. Und zwar den originalen. Weil der andere ist ja kaputt. Der hier hat Macken. Aber ist halt nicht gebrauchter. Hat nicht viel gekostet. Und ich lackiere das alles. Macht das wieder schön. Macht das raus. Und dann vom Geräusch her. Von der Lautstärke her. Mir persönlich reicht es. Weil vom Soundbild her. Keine Ahnung. Bei den 600ern ist das immer krank. Wenn die zu laut sind. Bei der BMW hätte ich gerne eine Straight Vibe drauf. Aber bei der ist das Ansaugeräusche richtig laut. Und das habe ich gestern auch übelst provoziert. Und alles, dass man das laut hört. Aber ich musste die SD-Karte ja formatieren. Und jetzt sind alle Aufnahmen weg. Das ist auch geil bei der, dass die so niedrig ist. Weil da kann ich die überall rückwärts hoch schieben. Ohne Probleme. Jetzt fahre ich sie kurz warm. Und dann zeige ich euch mal das Ansaugeräusch. Was hier rauskommt. Weil das ist finde ich viel lauter geworden. Und ich gehe jetzt keinen auf den Sack. Aber für mich selber ist es übelst laut. Aber nicht zu laut. Was perfekt ist. Ich frage es mich immer wieder. Wie kommen Fliegen. Jetzt ist es mir schön in dein Gesicht. Obwohl das visiert so ist. Achso, das war nicht ganz zu. Egal. Nochmal. Ansaugeräusch. In 3, 2, 1. Na? Ich finde es ganz geil. Aber ich muss dann auch das... Also... Hier will ich auch kurz die Drohne ausprobieren. So, ich streue mich jetzt hier hin. Hier juckt es hoffentlich keinen. Ist das ein Reh oder ein Hund? Ich glaube ein Reh. Endlich Sommer ey. Ich beschwere mich doch nicht, dass es warm ist. Es wird schon keiner kommen jetzt. Sonne auf einem Feldweg. Dann packen wir das mal kurz aus. Ich habe auch ND-Filter für das Ding besorgt. Die habe ich aber jetzt stockvoll nach einem liegen lassen. Fällt mir gerade auf. Ich mache das kurz ohne Helm. Weil ich schwitze mich hier ab. Und dann seht ihr kurz zwei, drei Aufnahmen davon. Weil ich gehe langsam ein. So jetzt habe ich Kopfschmerzen. Jetzt habt ihr gerade die zwei, drei Aufnahmen. gesehen kurz. Ich muss noch das Intro drehen. Obwohl das Video jetzt schon vorbei ist. Aber das habe ich vergessen. Es ist Vollgas ausreichend, finde ich. Das war es jetzt von dem Video. Outro und Intro hintereinander gefilmt. Auch nicht schlecht. Und bis zum nächsten Mal. Peace.